Electronic Marquise 2016 Christian Lux exklusiv mit dem Erwin Müller Rap Erwin Müller ist am Start Er hat immer nen Euro zum Trollen parat Viele sagen, dass er schon zu alt ist Doch er verfolgt euch auf ganz Altis Erwin Müller hat schon viele Falten Doch kann immer noch locker mit euch mithalten Er cruist gerne durch die City mit seinem Zemeck Und hat immer viele Dietriche im Handgepäck Erwin Müller ist ein Brüller Hat noch auch nicht hinter auf seinem alten Füller Kann die allerbesten Flachwitze Und das auch bei super starker Sommerhitze Erwin Müller ist der Obermacker Trotzdem Körper eines alten Knacker Ich komm jetzt langsam mal zum Ende Beim Denken an ihn schwitzen auch mir die Hände Freut sich über Stützstrümpfe in allen Größen Zieht sie über den Kopf beim Bankraub mit den Bösen Wenn er sein Gebiss auszieht Sieht man, wie die Sonne sich verzieht Der Erwin Müller Rap Hahaha Langeweile-Projekt Electronic Nikes Yeah